So, ich mach mal einen kleinen Einspieler, im Nachhinein jetzt reingeschnitten, weil das Video extremst lang ist, ab Minute 23, 24, schauen sie mal da, 23, 24, machen wir nochmal eine kompletten Zusammenfassung und eine Wochenprognose letztendlich, für diejenigen, die sich jetzt nicht die 30 Minuten komplett reinhören wollen, macht es dann Sinn, vielleicht für diejenigen, die eben nicht viel Zeit haben, dort nochmal reinzugucken und ja, dann gebe ich wieder zurück an mich selbst. Hallo, hier ist der Martin von Manne Mankees, das ist die DAX-Analyse für Montag, den 30.03.2020 und damit dann, ja, das Monatsende des wohl schlechtesten Monats überhaupt im DAX, also wobei die Monatskerze schon ein Stückchen zurückgekommen war in den letzten Tagen, muss man schon sagen, da ist ordentlich was weggerutscht. Es ist ein weiterhin sehr holpriger Weg, sehr unwegsam, schwierig zu treten. Zum Freitag haben wir jetzt mal wieder einen Schmarsch in die andere Richtung gesetzt bekommen, wir hatten uns hier ein bisschen drauf fokussiert, dass er vielleicht sogar hier oben über unsere 10.000 rüber sticht, ne. Wir haben uns auch unterhalten darüber, was passieren könnte, wenn er jetzt nämlich oben raus sticht, nämlich, dass er dann eigentlich richtig schön short squeezen könnte, weil die Meinung in den Foren so unheimlich negativ gewesen ist, ne. Wir haben uns sehr intensiv damit befasst, was passiert, wenn der Markt hier drüber geht, was kann passieren, was kann er machen, haben aber auch gleich dazu gesagt, es muss aber auch kommen, also er muss es triggern, er muss diesen initialen Impuls eben setzen, weil wenn er nicht oben raus geht, bringt er keine Shorts unter Stress, ne. Und ohne Shorts unter Stress zu bringen, bringt er keinen, kriegt er keinen Shorts Quiz zustande. Nebenzufolge hat man gesagt, sollte man hier unterhalb den, ähm, oder ich hatte gesagt, ich würde den unterhalb eher dann, ja, erstmal machen lassen, mir das angucken, ähm, und beobachten, ob er vielleicht den Short Trigger tatsächlich noch umlegt, was dann letztendlich all denen, die hier Shorts sehen, das mega in die Karten spielen würde. Weil unser DAX dann nämlich hier seine, äh, ja, letztendlich eine Umkehr bestätigt, eine Doppeltop-Bildung und, ähm, dann unten raus, hätte ein Short-Signal liefern können, als Pullback eben, auf diese alte Nackenlinie, auf die, ähm, 9209,150 und später zurück. Wenn wir jetzt schauen, was er zum Freitag gemacht hat, war das nix, ne, das war weder das eine noch das andere, hat sich jetzt hier ein bisschen nach unten kleckern lassen, damit den, äh, den Wochenschluss ein bisschen tiefer gezogen. Nichtsdestotrotz ist die Woche eröffnet am, hier unten, 8.485, das heißt, wir sind trotzdem mit einer fast 1000 Punkte langen, grünen Wochenkerze aus dem Handel gegangen. Und das wird jetzt unheimlich interessant zum, 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 zum Montag, weil natürlich wir Umkehrsignale im Wochenchart haben, halt, technische Umkehrsignale im Wochenchart und das ist so gaga, wenn ich mir die Zahlen angucke, fällt es mir selber schwer dran zu glauben, dass jetzt hier noch was hochgeht. Und auch nach der schwachen Vorstellung vom Freitag fällt es mir schwer dran zu glauben, dass es hochgeht, aber es wird weiterhin zu passen zu dieser überwiegend negativen Meinung, im Sentiment, denken sie immer dran, die hängen alle schon schief, ne, die sind ja hier unten eingestiegen. Das heißt, ähm, denen ist so ein Tag letztendlich etwas beruhigender, aber der tut denen nicht weh, ne, also so ein Tag hat jetzt hier noch keine, keine, keine Umkehr der, der Position erwirkt, weil wir nach wie vor unter, unterhalb dieser, dieser, dieser großen Zone sind, wo hier das Geld reingekommen ist, auch auf Short-Seite. Ne, das heißt, ähm, unser DAX ist jetzt hier im Prinzip von der psychologischen Betrachtung her, ähm, auch das mit dem Short-Squeeze, das ist jetzt nicht vorbei, nur weil er am Freitag gefallen ist. Das bleibt nach wie vor so, wenn wir hier oben drüber gehen, auch wenn er zum Montag zum Beispiel jetzt mal zur Abwechslung kein massives Abwärtsgap bringen sollte, ne, mal zur Abwechslung kein brutales Abwärtsgap zum Montag und er geht über die, die 10.000 diese Woche. Das bleibt wirksam, weil die Leute, die aktuell so massiv negativ sind, das sind die, die hier nicht long rein sind oder die, die hier short reingegangen sind, ne, was wir letztes Mal ganz, 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 ganz doll besprochen hatten, ne, und die kommen aus den Positionen, die werden das nicht auflösen, definitiv nicht und die werden auch hier jetzt nicht long nachspringen, machen die nicht, weil die wollen ja unten ihr neues Tief. So, und jetzt ist halt die, die, die Knackpunktfrage, bedient der Markt das, was die Masse gerade will, ab und an hat auch mal die Masse recht, das muss man immer mit einkalkulieren, oder drückt er uns hier eben oben raus? Und ich finde es super spannend jetzt zum, zum, zum Montag, ähm, einfach weil der Freitag halt auch so ein, ja, so ein Rotzer-Tag war, ne, also, ähm, hier waren ja auch sehr viele, also es waren, sind sehr viele auf das, was ich gesagt hatte, unabhängig vom Trigger, long angesprungen, ne, also ich habe, trotz, dass wir im Video gesagt haben, das gilt nur, wenn der oben rauszieht, ne, das gilt nicht, wenn er unsere Erwartungen, und wir haben es sogar extra betont, ne, wenn er unsere Erwartungen nicht bestätigt und abwärts gleitet, ist das dann kein Grund, ähm, da auf diesen Short Squeeze zu spekulieren, weil er eben diesen Impuls nicht gibt, er bringt diesen Stress nicht. So, und trotzdem haben mir ganz, ganz viele geschrieben, ähm, ja, Martin, jetzt, jetzt kommt er zwar nicht so rein, wie du das wolltest, aber meinst du, das kommt jetzt noch, ich bin jetzt hier schon long drin und so weiter, und ich glaube, das ist auch so der Grund, warum er sich jetzt hier ein bisschen zurückgezogen hat, da sind zu viele schon einfach angesprungen auf die Long-Long-Achse, ohne den Trigger, ohne das Signal eben, so, und das hat er jetzt ausgenutzt und sich hier nach unten geworfen, ohne aber auf der Unterseite auch das Verkaufssignal zu treten. Jetzt, Stand heute, wie geht's jetzt weiter? Ich möchte mit Ihnen ja mal ganz kurz noch einen Exkurs machen, ähm, weil wir dürfen auch nicht zu positiv sein, halt, ne, weil die, die Gesamt-, die Umfeldlage, auch wirtschaftlich, das ist, das ist ja nun nichts, wo man jetzt, wo man, wo man sich jetzt hinstellen muss, und sagen muss, hey, pass auf, Chart ist das, Chart ist das einzig Wahre und ich achte nicht auf Nachrichten komplett und ich baller jetzt long durch, ähm, das ist manchmal ganz hilfreich, aber man muss die Signale abwarten, ne, in dem Moment, wo der Markt zur negativen Nachrichtenlage auch noch negative Signale bringt und unten rausfällt, sollte man da schon vielleicht sich nicht unbedingt dagegen stellen, das ist ganz wichtig jetzt für die kommenden Tage, auch für Montag, Dienstag, die ja gerne auch mal ein bisschen schwächer agieren, denn ich möchte mit Ihnen nochmal einen Ausflug machen, damit wir Neutralität im Kopf sind, weil wir dürfen nicht zu bullig sein, wir dürfen aber auch nicht zu negativ sein, sondern wir müssen versuchen, so neutral wie möglich zu sein, um auf das zu reagieren, was am Markt kommt, um dann mitzugehen, halt, wir dürfen nicht in einer unserer Erwartungen gefangen sein, ne, auch wenn die eine oder andere vielleicht mehr Sinn macht, müssen trotzdem schauen, was macht der Markt und was macht er nicht. Eins ist mir in dem Sinne, ähm, hier wichtig, mein Video aus, ähm, Mitte März, da haben wir mal drüber gesprochen, mit den, äh, Corona-Infektionszahlen, wir haben dazu ein Video gegenübergelegt, was hier ein bisschen länger schon zurück war, und zwar am 1.3., und haben dort die Zahlen, das sehen Sie jetzt gar nicht, weil da hier so komisch, kriege ich das hier, ja, ne, so, da sehen Sie, unten rechts in der Ecke, ähm, hatten wir Anfang März uns mal über die Zahlen unterhalten, da habe ich gesagt, ne, wir haben in Italien 1.000 Infizierte, ähm, davon 30 Tote, 40, 50 Gehalte, da habe ich gesagt, mir erschließt sich das nicht, wie diese, wie diese Sterberaten errechnet werden, weil das für mich bedeuten würde, dass ich ja in zwei Wochen dann, ähm, oder meine Vermutung war viel mehr, dass ich zwei Wochen später dann 600 Tote zu 600 Geheilten hatte. So, jetzt sehen Sie auf der linken Seite, was wir zum Stand des Videos dann ermittelt hatten, ne, also Mitte März, standen dann tatsächlich eben die 600 Toten und die 700 Geheilten wieder da, wo ich dann wieder gesagt habe, ich verstehe es persönlich nicht, wie man auf diese Ermittlung von diesen Zahlen kommt, weil das für mich einfach mit logischem Menschenverstand nicht kommt. Damals hatten wir 10.000 Infizierte und haben schon gesagt, wir drücken mal die Daumen, dass es nicht in zwei Wochen dann 100.000 Infizierte sind, weil man dann bestimmt auf jeden Fall erst mal wieder 5.000 Tote und 5.000 Geheilte hat, ne, nämlich die 5.000 Toten und die 5.000 Geheilten, die jetzt hier konfirmt waren zum Mitte März, die 10.000, dass die sich dann aufteilen nach hier und da. Wenn ich mir jetzt aber die aktuellen Zahlen angucke, ich weiß es nicht, es beruhigt mich jetzt nicht ungemein. Also, wenn ich jetzt hier drauf gucke, dass es jetzt stand heute die Zahlen, die Zahlen in Italien sind trotz Ausgangssperre, trotz allem weiter angestiegen und zwar nicht nur weiter, die explodieren förmlich. Ja, da könnte man zum einen sagen, okay, warum dann überhaupt Ausgangssperren, wenn es nichts bringt, ne. Die andere Frage ist natürlich hier, wie haben sich denn jetzt die Sterberaten entwickelt, ne. Wir haben jetzt Italien 100.000, das war das, was wir vor zwei Wochen letztendlich mehr oder weniger schon fast prognostiziert hatten, nur aus der Entwicklung raus und haben gesagt, 5.000 Tote zu 5.000 Geheilten. Jetzt sehen wir hier 10.000 Tote zu 10.000 Geheilten oder zu 12.000 Geheilten. Das heißt, dieses Verhältnis bleibt in meinen Augen weiter gleich. So, jetzt haben wir bloß ein Problem, wir haben jetzt hier 100.000 Leute stehen. Nach all dem, was wir die letzten Wochen immer wieder beschrieben und geschaut haben, müsste das bedeuten, dass wir in zwei Wochen, wenn wir uns wieder über dieses Video unterhalten, auf der rechten Seite 50.000 Tote zu 50.000 Geheilten haben. Oder vielleicht 50.000 Tote zu 70.000 Geheilten. Und das ist langsam ein Punkt, wo ich sage, da hört es auf, es war nie lustig gewesen. Also es hört nicht auf, lustig zu sein, weil es war nie lustig gewesen. Aber es nimmt dann langsam Dimensionen an, wo es schon mehr beängstigt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass man in so einer Situation in der Lage ist, auf Basis wirtschaftlicher Interessen Ausgangssperren aufzulockern, zu erweichen. Wir müssen immer auch daran denken, die Italiener sind uns zwei Wochen voraus. Die Italiener sind, den Deutschen sind die zwei Wochen voraus. Und den Amerikanern schon fast drei oder vier Wochen voraus. Das heißt, in dem Moment, wo ich jetzt in Italien sehe, dass die das Null in den Griff kriegen, gar nicht in den Griff kriegen, die Zahlen explodieren dort weiter, trotz aller Maßnahmen, die die haben. In Deutschland, wie viel haben wir zum Zeitpunkt gehabt? Sehen wir das hier auf unserem Bild überhaupt? Waren das schon 1.000? Das waren 1.000. Vor zwei Wochen waren es 1.000, jetzt sind es 60.000. Können wir auch davon ausgehen, in zwei Wochen haben wir hier vielleicht 200.000 in Deutschland stehen. Bei den Amerikanern müssten wir fast 300.000, 400.000 stehen haben, wenn das so weitergeht. Wenn man jetzt nicht irgendwie eine Möglichkeit, eine Methode kriegt, das abzutöten, das einfach abzuwirken, mit Medikamenten zu heilen, die Leute massenhaft zu impfen. Und da bin ich an einem Punkt, wo ich schon sage, innerhalb der nächsten zwei Wochen halte ich das jetzt erstmal nicht für wahrscheinlich. So, ohne Panik machen zu wollen, ist es trotzdem etwas, wo wir sagen, das ist momentan das Thema, was Einfluss auf die Marktbewegung hat. Definitiv. Corona, Einschränkung der Wirtschaft, Einschränkung des Kaufverhaltens, Einschränkung der Mobilität, Einschränkung der Kaufkraft der Leute. So, nach dem, was wir jetzt hier sehen, können wir uns selber eigentlich prognostizieren, dass die nächsten zwei Wochen sich da vermutlich erstmal nichts ändern wird. Es kann sein, dass die Zahlen vielleicht ein bisschen abflachen. Momentan sehen wir das nicht. Momentan sehen wir über die ganzen letzten Wochen, das eskaliert immer weiter und da kommt nirgends Ruhe rein halt. Es dreht immer weiter auf. Und hier ist noch keine Entspannung der Situation zu erkennen. Das heißt, in unserem DAX müssen wir langsam auch mal kalkulieren, was passiert denn, wenn der Markt tatsächlich jetzt eine Deeskalation eingepreist hat und jetzt sieht, dass dies nicht kommt. Was kann dann passieren? Was kann jetzt hier passieren, wenn der Markt doch irgendwo sagt, Scheiße, ich habe jetzt hier auf was spekuliert, was de facto nicht eintreten kann oder nicht wird. So, das heißt, die Marktteilnehmer ziehen sich zurück. Technisch betrachtet haben wir hier auf jeden Fall von der Formation her einen Boden gebildet. Wir haben eine SKS gebaut, aber wir haben das SKS-Ziel bei 10.000 auch abgearbeitet. Das heißt, die Formation ist erstmal abgehackt, die ist fertig. Das heißt, wenn der Markt weiter fällt, rein technisch betrachtet, hätten wir die Möglichkeit, auf diesem Doppeltop aufzudrehen und wieder anzusteigen. Das wäre sogar ein gar nicht so unübliches Muster, dass man sagt, wenn der Markt jetzt hier bereits eine Bodenbildung gesehen hat, so eine Bodenbildung gesehen hat, setzt er einmal von oben nochmal drauf, stößt sich ab und geht dann weiter hoch. Ich würde Ihnen mal hier einfach einen anderen Pfeil mit ransetzen. Den machen wir mal so ein bisschen gestrichelt, weil ich momentan nicht so ganz daran glaube, dass es tatsächlich kommt, auch wenn man es probieren könnte. So, das heißt, dass unser Dax vielleicht ab dem Punkt hier, ab dem Pullback, sich wieder bis da hoch durchkämpft. Das ist durchaus möglich und das ist auch rein formationstechnisch, rein charttechnisch, definitiv eine Option, um die Leute in Stress zu bringen. Ich persönlich würde ja eher denken, dass unser Dax, dass unser Dax vorher nochmal oben raussticht, die ganzen Shorts bereinigt und dann fällt. Das wäre für ihn eigentlich viel üblicher, dass er hier einen schönen Shortsqueeze bringt, trotz der schlechten Nachrichten und dann das einpreist. Das heißt, erst nochmal alles rauswirbelt und rausnimmt. Deswegen möchte ich die 10.000 oben weiterhin im Blick behalten, möchte es auch weiter mitnehmen und kann mir das auch weiterhin gut vorstellen, dass trotz der negativen Marktlage wir nochmal so einen Knall nach oben sehen werden. Wie weit der kommt und wie langatmig der werden kann, das weiß ich nicht. Passend fände ich zum Beispiel, wenn wir zu Montag tief starten, direkt erholen, direkt Gap-Close machen und hier oben den Tag schließen. Dann wird sich der Dienstag schon wahrscheinlich hier über den Trigger legen können und wir dann Mittwoch einmal nach oben rausschlagen und schon wieder zurück und dann mit Donnerstag und Freitag mit aller Gewalt wieder nach unten knallen. Das wäre für mich ein mögliches Szenario für diese Woche. Wenn wir am Montag uns schnell fangen, wenn wir uns aber unten rausbegeben und die Wochenendindikation steht momentan, muss man sagen, gar nicht so tief. Die letzten Wochen sind wir immer mit fast 500 Punkten ins Gap reingekommen. Aktuell steht meine Indikation jetzt hier bei 9.460. Damit liegt er noch über dem Trigger. Sollte der Markt tatsächlich jetzt hier oberhalb des Short-Triggers zum Montag eröffnen und sich wieder nach oben arbeiten, plane ich erstmal hier ein, dass wir diese Range noch verteidigen und dass er sich da drin hält und weiter arbeiten kann. Wichtig wäre aber auch, wenn er nach oben arbeitet, über den Anfang, über den Morgen, so bis, was weiß ich, halb 10, um 10 oder vielleicht sogar nur bis um 9, halb 10, sich nach oben arbeitet und dann nach unten knallt, dann wäre für mich direkt der Short-Trigger aktiv und dann wäre für mich Ziel 9.200, 9.150 bis Gap-Close 8.800 wahrscheinlich. So, an diesem Gap-Close müsste man dann schauen, wie reagiert der DAX. Momentan gehe ich davon aus, dass er dort nicht gut reagiert, sondern vielleicht sogar nach unten durchgegeben wird. Also für mich hat der DAX tatsächlich die beste Chance, an der 9.200, 9.150, sich wieder nach oben zu drehen und weniger von diesem Gap-Close. Hier würde ich tatsächlich denken, dass man dann schon sagt, okay, Erholung ist vorbei, Erholung ist tot, Erholung ist beendet und man den DAX tiefer versenkt. Und dann durchaus auch nochmal unter dieses Tiefknallt, unter die 8.450 und dann haben wir sofort wieder eine 8.000, die dann angelaufen werden kann. Bis hier unten überhaupt dann auch wieder die 7.500. Das heißt, mit der 400 wird schon relativ viel passieren, mit der 450 wird schon relativ viel passieren, relativ viel Entscheidungsgewalt kommen und dann muss man halt schauen, wie agiert unser DAX hier im Bereich um 1.50, 9.200 bis 9.000. Das wird dann die wichtige Sollbruchstelle. Geht er da runter, ist für mich dann schon wieder hier unten mit den Sachen zu rechnen. Auch wenn das Forum negativ ist, dann haben alle Recht. Das muss man denen dann auch gönnen. Nicht, dass man sich dann hinstellt und sagt, ja, pö, das glaube ich nicht, niemals. Alle, alle, alle sollen Recht behalten, niemals. Im Zweifel dann halt einfach mitgehen. Das ist wie bei jedem Indikator. Ein Kontraindikator im Sinne zum Beispiel von der Masse. Man kann das hinzuziehen, das klappt recht oft, aber es klappt auch nicht immer. Und deswegen, ich habe wirklich versucht, am Freitag das ganz deutlich zu machen, dass das direkt mit diesem Überbeten von der 10.000 auch zusammenhängt. Also, dass wir erst dann richtig schön durchsqueezen können, weil diese Stimmung so negativ ist. Und dass ich auch gar nicht großartig glaube, dass er nach unten kann und dann schon eher mich distanzieren würde von einer Bewegung, die hier eben jetzt runtergehen würde. Dass ich dann eben nicht long gegen haue, weil ich dann sagen würde, okay, das ist jetzt nicht das, was ich erwarte. Und so müssen wir jetzt weitergehen, so müssen wir jetzt weiterarbeiten und uns Stück für Stück hier eben mitkämpfen mit dem Markt und mit dem Geld schwimmen. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Also, die wichtigsten Punkte sind die 10.000 oben, die wichtigsten Punkte sind die 9.500 beziehungsweise 9.450 auf der Unterseite und dann diese Zone um 9.200, 9.000. Gap Close bei 8.800 sind alles gerade Zahlen, lässt sich eigentlich schön merken. Ab einem Gap Close ist für mich der Rücklauf zu groß und ich würde dann schon einpreisen, dass wir dann deutlicher durchtreten und dann auch mit mehr Wumms, mit mehr Bewegung eben nach unten knallen können. Wenn Dow Jones wäre dann so Ziel, um 15.000 mal ins Visier zu nehmen, 15.000 bis, ich glaube, 14.500, dann hätte der 50% vom Hoch weggerotzt innerhalb von fast, ja, eineinhalb Monaten. Sicher auch ein attraktiver Anlaufpunkt. Sollte man dort mal einen Blick behalten, könnte zusammen mit unserem DAX 7.500, 8.000 ganz gut übereinander kommen. Ansonsten, wenn ihr alles gar nicht zählt im Wochenverlauf, wir Montag, Dienstag hier schon direkt durchballern, ich rechne momentan nicht damit, ich rechne auch weiterhin damit, dass wir uns hier fangen, aber wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass diese Zahlen, diese Entwicklung von dem Coronavirus gegebenenfalls nicht dem entspricht, wie damit viele jetzt gerechnet haben. Auch nicht dem entspricht, was man jetzt vielleicht als Deeskalation verstanden haben hätte können. Sie erinnern sich vielleicht, vor drei Wochen haben wir noch darüber gesprochen, dass die Zahlen in China ja so abflauen, dass es dort offenbar in den Griff gekommen ist und so weiter. Das sehen wir bei uns aktuell absolut noch gar nicht. Also da wirklich ein bisschen Vorsicht und auf der Unterseite dementsprechend sich vielleicht dem einen oder anderen Short nicht verwehren. Wichtig ist, wir müssen neutral im Kopf bleiben, weder für das eine noch für das andere denken. Wir haben aber auch momentan auf allen Seiten schon massive Gründe, dass wir da mehr Bewegung sehen können. Deswegen wird auch die Volatilität sehr wahrscheinlich hoch bleiben. Das ist einfach so. Und da müssen wir uns drauf einstellen. Okay, also das auf der Seite. Ansonsten können wir, ja, wir haben jetzt hier die Zahlen gemacht. Wir haben da geguckt. Wir haben den Vergleich gemacht. Wir haben geguckt. Genau. Ja. Also, wenn ich das so angucke, auch was die anderen Länder hier haben. Deutschland hat relativ humane Zahlen, auch was die Quoten angeht. Wenn ich hier sehe 455 zu 9000 gehalten. Da muss ich ganz ehrlich schon sagen, glaube ich fast, dass die Zahlen irgendwie von VW bereitgestellt werden. Ich weiß nicht, ich traue den Zahlen nicht so ganz. Aber auf der anderen Seite, das sieht schon wieder hingegen ein bisschen gut aus, dass man es zumindest in Deutschland ein bisschen im Griff hat, auch wenn 500 Tote gewiss hier nicht wenig sind. Und wir noch ganz am Anfang stehen halt. Also unsere Zahlen, wenn wir das angucken, vor zwei Wochen hat man hier 1000, jetzt hat man 60.000. Und das springt ja doch recht rasant mit an. Wir gucken mal jetzt noch auf den Monatschart. Den muss ich Ihnen kurz zurecht holen. Warten Sie. So, wenn wir uns auch noch mal den Monatschart vor Augen halten, haben wir, die Kerze ist noch nicht zu. Wir dürfen die aktuelle Kerze noch nicht bewerten, wo der Monatsschluss ist. Wir haben aber hier gesagt, wir rechnen aus dem Bereich hier unten mit in der Reaktion bis gut und gerne 10.500. Bis 10.300, 10.500, vielleicht sogar bis zu diesem Hoch hier bei 11.250 oder was das da war. Aktuell haben wir hier noch keine grüne Kerze. Wir werden auch sehr wahrscheinlich keine grüne Kerze kriegen. Wir müssten damit auch davon ausgehen, dass wir nächsten Monat auf jeden Fall auf der Kerze auch noch mal nach unten antreilen halt. Also dass egal, wie die Kerze jetzt schließt, nach so einer Kerze gerade hoch wäre sehr untypisch. Häufig kriegt man dann zumindest noch mal lohnenden Schatten dran, dass diese Kerze eben noch was dran geht. Denken Sie da dran, was wir hier bei der Kerze gesagt haben. Da haben wir auch gesagt, nach der Kerze müsste eigentlich noch mal mindestens so eine große hinterher kommen. Auch wenn ich selber da niemals mit gerechnet hatte. Jetzt schauen Sie sich an, was das geworden ist halt. Auf jeden Fall sind es jetzt aber zwei, drei Kerzen. Da wäre schon denkbar, dass da ein bisschen Beruhigung reinkommt. Aber auch sonst, wenn das nicht hält, 6.000. Also wenn jetzt hier noch mal so eine Kerze kommt, weil die Lage immer schlimmer wird, weil vielleicht auch politisch man die Kontrolle verliert. Sowas darf man auch nicht vergessen. Was passiert, wenn die politischen Instanzen anfangen, sich irgendwo um irgendwelche Methoden zu streiten, handlungsunfähig wären? In Amerika hört man schon so ein bisschen raus, dass die sich dort auch jetzt zoffen. Wie geben sie das Geld bereit? Wem geben sie es bereit? Und so weiter und so fort. Sollte da auf politischer Seite dann noch Unruhe reinkommen, weil sich alle gegenseitig versuchen, irgendwie höher zu stellen als die anderen. Sowas kann auch schnell Stress auslösen. Und dann wäre hier tatsächlich in der 6.000 dann der nächste Anlaufpunkt auf der ganz großen Ebene. So, jetzt haben wir sehr viele Zahlen genannt, haben sehr viele Sachen durchgesprochen, haben gesagt, wir sollen uns nicht nach Nachrichten richten. Wir haben gesagt, wir sollen vielleicht auch auf das Sentiment achten. Jetzt wird der eine oder andere da sein, was soll ich denn eigentlich machen? So, deswegen würde ich sagen, wir zeichnen noch mal ganz kurz, ganz nackig, hier, was kann ich mir vorstellen, wie könnte ich mir auch in einem Wochenverlauf vorstellen, in zwei möglichen Szenarien. Szenario 1, der Markt bleibt cool, der Markt beruhigt sich und haut die ganzen Shorts raus. Das ist für mich das Szenario, was ich momentan sogar ein bisschen eher noch unter der Vermutung hätte, weil zu viele Shorts drin sitzen. Und der Markt hier häufig raushaut. Und Szenario Nummer 2 wäre, er bringt auf der Unterseite alle unter Stress, nämlich die, die hier und hier unten gekauft haben. Ne, das geht nämlich auch, das funktioniert auch so, mit letztendlich dem gleichen Effekt, dass da unten Zwangsglattstellungen kommen, Margin Calls und so weiter und so fort. Ne, die dann natürlich auch den einen oder anderen raushauen dürften und das wird auch nicht dafür sorgen, dass die Kerzen da unten kleiner wären. Ne, die wären genauso ruppig und genauso schnell, aber die können auch solche Niveaus hier schnell überschießen. Also, fangen wir mal an. Wir nehmen mal, ne, wir nehmen mal nicht das, wir legen das mal hier zur Seite und wir nehmen mal einen ganz nackigen Shard, ohne irgendwelche Pfeile drin, mal ganz neutral betrachtet. So, wir machen das jetzt mal ganz quick and dirty. Fakt ist, DAX, SKS, fertig, SKS Ziel erreicht. SKS Pullback hier. Ja, schlecht gezeichnet, schlecht getroffen, Sie wissen, es ist ein bisschen höher, liegt da. Wir haben, wir haben, wir haben, tiefe Storastik, kommt ein Kaufsignal. Würde der DAX hochdrehen zum Montag? Wir haben, sehen Sie Supertrend, grün. Supertrend ist grün, das heißt, er befindet sich momentan in der Aufwärtsbewegung. Ist auch richtig, das heißt, in dem Moment, wo unser DAX zum Montag vielleicht nur schnell oder flach tief öffnet, gar nicht so schlimm, sondern aus dem Bereich sich schnell wieder hochzappelt, wird sich ihm zutrauen, dass wir eine derartige Bewegung sehen, die uns hier durchaus an die 11.000 nochmal dran blinkt und vielleicht sogar bis in diesen Gap Close reingeht. Von dort rechne ich dann schon wieder mit deutlichen Gegenbewegungen, fast sogar vielleicht einer Flagge, die dann aber bricht und hier ab dem Niveau, ab dem Pullback Niveau sich nicht gefangen kriegt und dann wieder richtig nach unten aufbeschleunigt und sowas hier bringen kann. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir sowas kriegen. Hier ist der Freitag, das heißt, in den Freitag hinein noch ein richtig fieses Tief vor das nächste Wochenende. Möglichstes Szenario Nummer 1 für eine bullige Variante. Fangen kann er sich in dem Sinne nur an dem Punkt, also zwischen dem und dem Punkt, in dem Moment, wo er runterkommt. Das heißt, wenn er sich hier Montag, Dienstag hochgestoßen kriegt, richtig, und er schafft diese 11.000 und er kommt mit der Flagge nach unten und kann sich hier wieder aufrappeln aus diesem Bereich, wäre durchaus denkbar, dass er da noch eins drauf setzt, auf die 11.500 zählt, das Gap zumacht, wirklich den letzten aus dem Long drückt, nächste Woche Montag, nächste Woche Montag aufwärts Gap, dann quasi über den Freitag vorbereitet und in den Montag hinein dann ein Aufwärts Gap als Exhausting Gap und dann wieder nach unten runterbullert. Variante Bullig Superbull, wenn man so will. Variante total negativ, wäre in meinen Augen, wir kommen zum Montag schwach rein, stoßen auf diese 9.200, stoßen auf die 9.150, schaffen es nicht hier oben wieder rein. Schaffen wir das selbst von hier oben wieder rein, kann er die Route trotzdem fortführen. Schaffen wir das aber nicht und fallen hier drunter, machen wir hier das Gap zu, erholen uns kurz und trudeln dann weiter. Trudeln dann weiter, um dann vielleicht hinten raus Tempo draufzunehmen und für mich ist es die gefährlichste Variante, weil in dem Szenario der DAX durchaus sich dann von der Orientierung her nämlich da seine Bewegungsspielräume holt und dann sind wir an einem Punkt, wo wir sagen, Ziel 6.000. das heißt, das heißt, das wären für mich jetzt so typische markante Szenarien, die kommen können, ja, einfach so auch aus dieser Wochenzyklik heraus und deswegen ist es ganz, ganz, ganz wichtig, dass wir darauf achten, wie sich der Markt bewegt, nicht wie die Nachrichten aussehen, sondern was macht der Markt jetzt, wie bewegt sich der Markt, was bringt er uns, stößt er nach oben, stößt er nach unten und dann einfach Kopf aus, Setup an und wenn eins kommt, mitgehen, mithandeln, nicht zu sehr querstellen, nicht zu sehr, ich glaube das nicht und ich mache das nicht, wenn das so sein sollte, dass sie ein Szenario kommen sehen, an das sie das nicht glauben, Finger weg, zurückstellen, dann lieber nicht handeln und zugucken, das ist viel besser, als sich dann gegenzustellen und zu sagen, mein Setup kommt, aber das kommt, aber kommt noch, das wird jetzt hier nur ein Fake, das kann echt böse werden bei der aktuellen Volatilität halt, von daher, das als, als, vielleicht als, als Hilfe, als Gedankenstützer, wie ich mir diesen Wochenverlauf jetzt vorstellen könnte und, ja, dann bleibt mir nicht mehr zu sagen, wie bleiben sie heile, machen sie vielleicht einen weniger als einen zu viel bei den Trades, ähm, wir haben einen Monatswechsel noch mit drin, das wird nun auch nicht ganz so unspannend, ne, wird auch wichtig, weil die per se immer viel Bewegung bringen und, ähm, da bleibt mir nur zu sagen, Daumen hoch, maximalen Erfolg und bleiben sie vor allen Dingen auch gesund halt, ne, und ansonsten, weiß keiner, was kommt, ne, ich bin kein Hellseher, ich kann nur sagen, was ich mir vorstellen könnte, was sind typische Bewegungen, was macht der DAX häufig, was würde jetzt passen, das kann ich Ihnen sagen, aber bitte, ob das dann kommt, so, eins zu eins, das steht nirgendwo halt, ne, also das, das ist auch gar nicht mein Anspruch, eins zu eins das zu machen, aber ein bisschen eben das einzuordnen, ein bisschen zu gucken, wo sind die Reaktionspunkte, weil das klappt halt schon sehr häufig, ne, diese, diese markanten Punkte, wo wir sagen, na, okay, wenn das löst, dann löst das einfach auch psychologisch bei den Menschen das und das aus und das müsste bis dahin führen, ne, wie zum Beispiel so ein Überschreiten von so einer 10.000, ne, jetzt nicht mehr ganz so reizvoll, eben weil hier zu viel Schwung jetzt von unten kommt, aber die Wirkung bleibt trotzdem die gleiche, die Shorts kommen dort unter Stress, genauso wie die Longs unterhalb von 8.800 unter Stress kommen, das ist so und vor allen Dingen unter 8.000 geht der Stress erst richtig los halt, ne, das wird sehr spannend, wie der DAX sich dort bewegt, ob er dann bloß einmal drunter tippt und sich stabilisiert oder ob er richtig loseskaliert, weil dann glaube ich fast gar nicht an die 7.500, dann könnte ich mir fast vorstellen, dass es die noch zerhaut, ne, gut, okay, dann haben wir ein sehr langes Video gemacht, aber es ist eine schwierige Situation einfach, das ist, ähm, das ist einfach schwer und was man verstehen muss, ist, dass man nicht drin steckt, was hier passiert und es auch nicht selber in der Hand hat, was am Markt passiert, dass es weder ein Martin Weiß noch irgendein anderer Analyst auf einem anderen Kanal noch irgendwer anders und man hier echt versuchen muss, mit dem Geld mitzugehen, mit dem Geld heißt aber auch, wenn er steigt, dann da eben noch ein bisschen was einzuplanen und wenn er fällt, eben auch nach unten, das, wir müssen uns danach richten, wir müssen als Trader, müssen wir uns wie Huren verhalten letztendlich, ne, wir müssen dort mitgehen und nicht in Überzeugung sterben, das bringt, macht uns nicht reich am Markt, das ist einfach so, Punkt. Insofern mache ich jetzt hier einen Cut, da haben sie schön was zu hören heute hier und ja, dann bis die Tage, ciao.